In einer bibliografischen Datenbank finden wir Bücher, Aufsätze und andere Dokumente, die mit Suchmaschinen nicht unbedingt auffindbar sind. Im Gegensatz zu frei verfügbaren Internetquellen sind die Dokumente, die wir in einer Datenbank finden, wissenschaftlich und oftmals sogar geprüft. Das heißt, sie sind verlässlich und können zitiert werden. Sie finden alle Datenbanken der UB Würzburg in DEBIS, dem Datenbank-Infosystem. Dort können Sie gezielt nach der Datenbank suchen, die Sie verwenden möchten. Wenn Sie noch nicht wissen, welche Datenbank die richtige ist, schauen Sie sich in Ihrem Fachgebiet die Top-Datenbanken an. Zu jeder Datenbank ist vermerkt, was sie beinhaltet und welche Themengebiete sie abdeckt. Nehmen wir an, unser Thema lautet der Einfluss der Ernährung auf die kognitive Entwicklung von Kindern. Wenn wir in einer Datenbank danach suchen, wäre es falsch, das Thema, wie es ist, in den Suchschlitz zu übertragen. Vielleicht hätten wir einen Zufallstreffer, aber wir könnten sicher sein, dass uns die Datenbank so nicht optimal versteht. Als erstes müssen wir die Schlüsselkonzepte unseres Themas identifizieren. Wörter wie der Einfluss von, die Rolle der, die wichtigsten Aspekte, die Bedeutung von, sind störend und spielen für die Suche keine Rolle. Unsere Schlüsselkonzepte sind Ernährung und kognitive Entwicklung und Kinder. Nun ist es wichtig, möglichst viele Synonyme, Ober- und Unterbegriffe zu jedem Konzept zu finden. Statt Ernährung könnte man auch nach Essgewohnheit suchen. Die kognitive Entwicklung könnte man als Intelligenz verstehen. Wenn der Fokus auf Kinder zu eng gefasst ist, könnte man Jugendliche in die Suche mit einbeziehen. Oft helfen die Datenbanken selbst bei der Jagd nach geeigneten Suchbegriffen, zum Beispiel direkt beim Eintippen. Oder wenn Sie bereits einen passenden Treffer gefunden haben, schauen Sie, welche Begriffe und Schlagwörter dort verwendet werden. Oder Sie überprüfen, welche Wörter im Volltext verwendet werden. Vielleicht spricht der gefundene Artikel nicht von dem positiven Effekt von gesunder Ernährung auf die kognitive Entwicklung von Kindern, sondern von der kognitiven Entwicklung der Kinder bei Mangelerscheinungen. Oft hilft ein Blick in die Wikipedia oder ein anderes Lexikon, um auf Ideen zu kommen. Nun ein paar Tipps, wie man die Kommunikation mit der Datenbank effektiv gestalten kann. Wenn wir kognitive Entwicklung eingeben, sucht die Datenbank diese Begriffe unabhängig voneinander. Das heißt, sie sucht nach zwei einzelnen Wörtern, die im Dokument vielleicht gar nicht nebeneinander stehen. Deshalb ist es hilfreich, Anführungszeichen zu setzen, damit die Datenbank erkennt, dass wir nicht nach zwei verschiedenen Begriffen, sondern nach einem Begriff suchen. Die Treffermenge fällt dadurch präziser und wesentlich übersichtlicher aus. Wenn wir nach Kinder suchen, spuckt uns die Datenbank nur Treffer aus, in denen die Buchstabenfolge Kinder zu finden ist. Wir bekommen keine Treffer angeboten, in denen zum Beispiel nur Kind oder des Kindes vorkommt. Deshalb ist es sinnvoll, Kind-Sternchen einzutippen. So finden wir Treffer mit den Begriffen Kind, Kinder, Kindheit, Kindgerecht und so weiter. Das häufigste Trunkierungszeichen ist das Sternchen. Es kann aber von Datenbank zu Datenbank variieren. Um ein optimales Suchergebnis zu bekommen, kombinieren wir unsere Schlüsselbegriffe. Dazu verwendet man die Buhlschen Operatoren. Begriffe für unterschiedliche Konzepte verknüpfen wir mit UND. So werden nur die Treffer gefunden, in denen beide Begriffe auftauchen. Das ist meistens die Voreinstellung, weshalb man das UND in der Regel auch weglassen kann. Begriffe, die denselben Aspekt vertreten, kombinieren wir mit ODER. Wir suchen nach Ernährung oder Übergewicht und erhöhen so unsere Chancen, möglichst viele relevante Treffer zu bekommen. Bei manchen Datenbanken, wie auch im Katalog, ist es sinnvoll, deutsche und englische Suchbegriffe zu kombinieren. In unserem Konzeptdiagramm stehen die Synonyme, die Ober- und Unterbegriffe, untereinander. Die Begriffe, die mit UND verknüpft werden können, stehen nebeneinander. Damit die Suchanfrage nicht zu kompliziert wird, wählen wir die erweiterte Suche. Dort kann man die einzelnen Begriffe gut unterbringen und alle verschiedenen Kombis austesten. Viele Datenbanken sprechen Englisch. Bei englischsprachigen Datenbanken müssen wir die Suchbegriffe auf Englisch eingeben. Zu Beginn der Suche ist es sinnvoll, möglichst umfassend zu suchen. So erhält man große Treffermengen, die man im Folgenden zum Beispiel durch speziellere Suchbegriffe eingrenzen sollte. Auch die Datenbank kann dabei helfen. Man kann die Treffer auf einen bestimmten Zeitraum, auf den Dokumenttyp Aufsatz oder auf wissenschaftlich geprüfte Quellen einschränken. Fast jede Datenbank bietet Möglichkeiten, die Treffer zum Beispiel in ein Literaturverwaltungsprogramm zu exportieren oder in einer oder mehreren Zitatformen anzuzeigen, auszudrucken oder per E-Mail zu verschicken. Und falls es mal gar nicht klappen sollte oder Sie noch Fragen haben, wir beraten Sie gerne. Vielen Dank. Vielen Dank.